Sehr geehrte Frau Professorin Wodag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen, liebe Freunde des Jüdischen Museums Berlin. Mein Name ist Martin Michael Edes, ich bin der geschäftsführende Direktor dieses Hauses und begrüße Sie heute Abend sehr herzlich zur diesjährigen Michael-Blumenthal-Lekture im Jüdischen Museum Berlin. Die Lecture ist fester Bestandteil unserer Akademieprogramme. Die Akademie erweitert das Angebot des Jüdischen Museums Berlin seit nunmehr sechs Jahren. Sie trägt, wie auch die heutige Veranstaltung, nicht zufällig den Namen unseres Gründungsdirektors. Es war die Vision Michael-Blumenthals, mit dieser Akademie am Jüdischen Museum einen Ort für Debatten zu schaffen über religiöse Vielfalt, das Verhältnis von Judentum und Islam, von Minderheiten- und Mehrheitsgesellschaft, kurz gesagt über das Zusammenleben in einer pluralen Gesellschaft. Peter Schäfer und Jasmin Schumann haben die Akademie ganz in diesem Geiste aufgebaut. Der heutige Vortrag von Frau Professor Ruth Wodak befasst sich eingehend mit der Kultur der politischen Debatte und mit ihrer Bedrohung. Rechtsruck zur Normalisierung rechtspopulistischer Diskurse lautet der Titel dieser Lecture. Er benennt ein Phänomen, das in Deutschland seit zwei Jahren auch im Deutschen Bundestag zu beobachten ist. Rechtspopulistische Diskurse haben eine zentrale Bühne bekommen. Sie sind vom Bierzelt ins Parlament und von den Rändern der Gesellschaft in deren Mitte gelangt. Doch war das nicht etwa eine unmerkliche oder eine schleichende Entwicklung? Vielmehr sind die Rechtspopulisten gewählt worden und genießen damit formell betrachtet dieselbe Legitimation wie jede andere Fraktion des Deutschen Bundestages. Nicht nur in Deutschland, in vielen Ländern Europas findet diese Wanderbewegung inzwischen statt, der Populisten vom Rand zur Mitte der Gesellschaft. Oder sie hat schon stattgefunden. Ob in Frankreich, Italien, Spanien, in den Niederlanden, Großbritannien, Dänemark oder Schweden, in Ungarn und Polen stellen Populisten die Regierung. Zur Lage in Österreich lasse ich Besserot Wodak selbst sprechen. Sie ist Österreicherin, lebt in Wien, so viel darf ich vorwegnehmen, bevor Jasmin Schumann sie Ihnen gleich noch genauer vorstellen wird. Und Österreich steht im Fokus ihrer Forschung zum Rechtspopulismus. Der Wandel der politischen Ordnung hat in Europa also bereits stattgefunden. Ein Gradmesser dieses Wandels, das zeigt die Sprachwissenschaftlerin Ruth Wodak in ihren Analysen, ist der Diskurs. Ein Diskurs, der die Grenzen des Sagbaren immer weiter verschiebt. Dies gilt besonders für den Diskurs über Minderheiten und Migranten, die von Rechtspopulisten, egal in welchem Land, als Bedrohung einer europäischen Identität angesehen werden. Wenn Politiker die in S-Zeit als ein, Zitat, Vogelschiss der deutschen Geschichte bezeichnen, wenn sie von, Zitat, Kopftuchmädchen und sonstigen Taugenichtsen sprechen oder davon an der Grenze auf Flüchtlinge zu schießen, dann ist es eine Verrohung des Denkens und des Sprechens, eine Verrohung der Inhalte und der Form. Ruth Wodak bezeichnet dies als eine schamlose Enttabuisierung. Als Mitbegründerin der kritischen Diskursanalyse erforscht sie seit vielen Jahren die Wirkung und die Strategien rechtspopulistischer Rhetorik. Wie gefährlich diese Rhetorik ist, zeigt sich, wenn sie, ob nun beabsichtigt oder nicht, zur Handlung anstiftet. In erschütternder Weise hat dies der Anschlag in Halle im vergangenen Mittwoch gezeigt. Dieses entsetzliche Verbrechen, begangen an Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, hatte ein klar antisemitisches Motiv und Juden zum Ziel. Aus Worten können Taten werden. Deshalb müssen und wollen wir schon den Worten etwas entgegensetzen. Vor diesem Hintergrund hat die Auseinandersetzung mit der Rhetorik des Rechtspopulismus heute Abend eine besondere Dringlichkeit. Liebe Frau Prof. Wodak, wir haben Ihre Analyse der Worte nötig und es ist uns eine Ehre, dass Sie heute hier sind. Ich freue mich auch auf die Diskussion im Anschluss, zu der wir Sie, liebe Gäste, bei einem Getränk herzlich einladen. Bevor ich jetzt das Wort an die Moderatorin des Abends, Dr. Yasemin Schumann, übergebe, möchte ich Sie noch kurz vorstellen. Viele von Ihnen werden Yasemin Schumann als die frühere Leiterin der Akademieprogramme gut kennen. Von 2013 bis August 2019 hat sie die Akademieprogramme aufgebaut. Im September 2019 hat Yasemin Schumann die wissenschaftliche Geschäftsführung des Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung übernommen. Sie ist Historikerin mit den Schwerpunkten Rassismus, Islamfeindlichkeit und Antisemitismus. Da wir Ruth Wodak auf die glückliche Empfehlung von Yasemin Schumann als Gastrednerin dieser Lecture eingeladen haben, freuen wir uns, dass sie heute Abend diesen Abend moderieren wird. Ich wünsche Ihnen und uns eine interessante Veranstaltung. Vielen Dank. Liebe Yasemin, the floor is yours. Martin, liebe Frau Professor Wodak, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich begrüße Sie recht herzlich zur diesjährigen WMB-Lecture. Es ist mir eine große Freude, für diesen Anlass an meine alte Wirkungsstätte zurückzukehren. Und ich freue mich außerordentlich, dass es uns gelungen ist, mit Ruth Wodak eine so renommierte Wissenschaftlerin für den heutigen Abend zu gewinnen. Als Mitbegründerin der kritischen Diskursanalyse hat sie ein theoretisches Konzept bereitgestellt, mit dem nicht nur Sprachwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern auch Sozial- und Kulturwissenschaftler seit Jahren der Frage nach dem Zusammenhang von Diskurs, Politik und Identität nachgehen. Sie erforschen dabei kollektives Wissen und die Grenzen dessen, was zu einem jeweiligen historischen Zeitpunkt als sagbar gilt. Eine leitende Grundannahme ist hierbei, dass Sprache die Wirklichkeit nicht einfach nur abbildet, sondern diese konstituiert. Denn nach Michel Foucault sind Diskurse Praktiken, die systematisch die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen. Diskursanalysen interessieren sich daher nicht nur für die Inhalte der Diskurse, sondern auch für die sozialen Bedingungen, unter denen sie entstehen und für die Wirkungen, die sie entfalten. Die kritische Diskursanalyse nimmt dabei unter anderem in den Blick, wie über Diskurse Menschen in bestimmte Kategorien eingeteilt werden, wie und mit welchen positiven oder negativen Eigenschaften diese Gruppen versehen werden und wie diese Zuschreibung für die Legitimierung von In- und Exklusion und von Diskriminierung herangezogen wird. Dieser Zusammenhang wird uns auch heute Abend beschäftigen und es ist mir eine Ehre, Ihnen nun die Rednerin der diesjährigen WMB-Lecture etwas näher vorzustellen. Ruth Wodak ist eine in London geborene österreichische Sprachwissenschaftlerin, die seit 1991 an der Universität Wien und später von 2004 bis 2014 an der Lancaster University in Großbritannien eine Professur zur Diskursforschung innehatte. Gastprofessuren führten sie unter anderem an die Stanford University, die Georgetown University in Washington D.C. und die Universität von Malmö. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören die Populismusforschung, das Feld der Identitäts- und Vergangenheitspolitik, die Migrationsforschung sowie die linguistische Vorurteilsforschung zu Rassismus und Antisemitismus. So hat sie sich unter anderem ausgiebig mit der Analyse politischer Rhetorik beschäftigt, darunter der Analyse von Wahlkampfrhetoriken rechtspopulistischer Parteien und der Frage, was diese so erfolgreich macht, trotz oder vielleicht gerade wegen der rassistischen und antisemitischen Argumentationsfiguren, derer sie sich bedienen. Ihre Forschungsergebnisse mündeten in zahlreichen Buchpublikationen, von denen ich hier exemplarisch einige herausgreifen möchte. 1990 veröffentlichte sie gemeinsam mit Kolleginnen aus verschiedenen Disziplinen eine Studie zum Alltagsantisemitismus mit dem Titel Wir sind alle unschuldige Täter, Diskurshistorische Studien zum Nachkriegsantisemitismus. 2001 legte sie mit ihrem Kollegen Martin Reisigel das Grundlagenwerk Discourse and Discrimination, Rhetorics of Racism and Antisemitism vor und 2016 erschien die Monografie Politik mit der Angst zur Wirkung rechtspopulistischer Diskurse, das 2017 als Wissenschaftsbuch des Jahres in der Sparte Sozialwissenschaften ausgezeichnet wurde. Zahlreiche ihrer Publikationen wurden in diverse Sprachen übersetzt, darunter ins Englische, französische, italienische, polnische, spanische, portugiesische, hebräische, russische, koreanische, japanische, arabische und ins chinesische. Sie sehen, man kann also ohne Mühe von einem beeindruckend internationalen Rezipientenkreis sprechen. Der Traum einer jeden Wissenschaftlerin. Für ihre Arbeit ist Ruth Wodak vielfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Wittgenstein-Preis, dem höchstdotierten Preis der Republik Österreich für WissenschaftlerInnen und dem großen silbernen Ehrenkreuz für Verdienste um die Republik Österreich, sowie mit dem Lebenswerkpreis des österreichischen Frauenministeriums. In ihrer später veröffentlichten Dankesrede für diesen Preis sagte Ruth Wodak, ich zitiere, »Ich bin ein Kind der Rückkehr, ein Kind von Eltern, die von den Nazis vertrieben wurden und die aus ihrer Überzeugung für einen nie wieder, für eine bessere Welt nach 1945 kämpfen zu müssen, aus dem britischen Exil in dieses Land zurückgekehrt sind. Mit dem Eintreten für Gerechtigkeit und die Menschenrechte bin ich aufgewachsen.« Vielleicht erklärt dieses Zitat, warum Sie sich, liebe Frau Professor Wodak, einer kritischen Diskursanalyse verschrieben haben, die nicht bei der Beschreibung von Verhältnissen stehen bleibt, sondern zu ihrer Transformation zum Besseren hin beitragen möchte. In diesem Sinne freuen wir uns jetzt sehr auf Ihren Vortrag, der die Normalisierung rechtspopulistischer Diskurse in Europa kritisch reflektieren wird. Ich wünsche uns allen einen anregenden Abend. Guten Abend, danke vielmals für diese wunderbare Einleitung von Ihnen beiden. Es ist eine große Ehre für mich, hier sprechen zu dürfen und Ihnen ein paar Facetten meiner Forschungen zur politischen Kommunikation und zum Rechtspopulismus präsentieren zu können. Es ist natürlich ein Zufall, aber auch traurig, dass das gerade jetzt der Fall ist. Sie haben Halle erwähnt, es ist für uns alle eine schreckliche Tat und ein schreckliches Ereignis und gleichzeitig ein Ereignis, das umso mehr einen dazu bringen sollte, nachzudenken und zu reflektieren, was ist passiert, wie kann man das verstehen und wie kann man dem entgegentreten. Nun bin ich Sprachwissenschaftlerin, ich bin nicht Politikwissenschaftlerin, ich bin auch keine Politikerin, aber dennoch glaube ich, dass man über Sprache und über das Verstehen dessen, wie gesprochen wird, sehr viel mitnehmen kann an möglichen alternativen Handlungen, an Reflexion und auch an Inspirationen, was man tun kann. Ich bin auch besonders gerührt, dass ich zu der Michael Blumenthal Lecture eingeladen bin. Sie haben vorhin meine Biografie kurz gestreift, ich fühle mich da sehr verbunden einerseits, aber auch voller Hochachtung, dass Herr Blumenthal ebenso zurückgekehrt ist und auch so ein wunderbares Museum und auch so viele Ideen hierher zurückgebracht hat. Und insofern bin ich also wirklich sehr gerührt und sehr dankbar für diese Einladung. Ich möchte zunächst beginnen, indem ich Ihnen kurz sage, worüber ich heute sprechen möchte. Das sind natürlich nur Puzzlesteine. Ich kann also in diesen 45 Minuten unmöglich dieses komplexe Phänomen des Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, es gibt viele Begriffe für dieses Phänomen abdecken und Ihnen allen wird sicher irgendwas fehlen. Das ist immer so, wir können das in der Diskussion gerne nachholen. Ich kann wirklich nur einen Streifzug machen mit einem kleinen Katzensprung in die USA, das kann man jetzt bei Trump nicht auslassen und Österreich aber als das zentrale Beispiel verwenden. Das kenne ich am besten, aber man muss auch dazu sagen, der Hyderismus oder die Hyderisation von Europa ist eben auch aus Österreich ausgegangen. Also Österreich hat leider wieder einmal einen relativ schlechten Ruf in dieser Sache. Die Front National, wie sie damals noch geheißen hat, wurde schon 1972 gegründet, aber die österreichische Freiheitliche Partei oder wie sie erst geheißen hat, Verband der Unabhängigen, wurde schon Ende der 40er Jahre des letzten Jahrhunderts gegründet, quasi als Sammelbecken der alten Nazis. Also Österreich hat da leider eine Vorreiterposition und Jörg Haider, auf den ich kurz dann noch zu sprechen kommen werde, war in vielen für den rechtspopulistischen Diskurs, aber auch die Inhalte ein Vorbild, ein Modell. Deshalb sprechen wir auch wissenschaftlich von der Hyderisierung Europas oder der Hyderisation, also wie diese Art der Inhalte und Rhetorik letztlich dann über Österreich hinaus viel Bedeutung bekommen hat. Ich werde dann auch etwas zur Grammatik des Rechtspopulismus sagen. Unter Grammatik dürfen Sie sich jetzt nicht so etwas vorstellen wie die Grammatik des Deutschen, Englischen oder Französischen. Also es ist keine eigene Sprache, sondern es sind bestimmte Muster und Strategien, die da eine Rolle spielen und die wir immer wieder antreffen, ob jetzt in Amerika, in England, in den Philippinen, Sie können es sich aussuchen, überall treten diese Muster auf, werden sehr erfolgreich eingesetzt und man setzt ihnen bislang, so meine ich, zu wenig entgegen. Es ist auch schwierig, weil wir beobachten, dass viele andere Parteien, Politiker, Politikerinnen letztlich hergetrieben werden. Die Rechtspopulisten und auch rechtsextremen Parteien schaffen es, eine unglaubliche Beschleunigung in den Diskurs zu bringen mit immer wieder neuen Provokationen, auf die man immer wieder eingehen muss und daher die eigenen Themen nicht mehr setzen kann. Also genau um diese Muster geht es und ich werde versuchen, da etwas genauer darauf einzugehen. Ich möchte Ihnen dann ein paar Beispiele bringen aus Österreich, aber auch aus Schweden und Amerika, aus England, damit Sie sehen, dass das also letztlich in unterschiedlicher Weise sehr weit vorhanden ist und dann zu einem Abschluss kommen und wenn ich zu lange rede, bitte winken, ich höre dann auf. Aber es wird so ungefähr, denke ich, eine Dreiviertelstunde dauern. Vielleicht sollten wir anfangen damit, was man unter Rechtspopulismus versteht. Es gibt jetzt eine unendliche Menge von Literatur dazu und ich könnte jetzt stundenlang rein über die Begriffsklärungen reden, das mache ich nicht. Man trifft jetzt auch den Begriff Rechtsextremismus, da ist also auch Gewalt mit gemeint und auch ganz stark ein Angriff auf unsere demokratischen Werte und demokratischen Gesellschaften. Es wird im Englischen auch von der Far-Right und der Old-Right gesprochen. Also im Prinzip ist das so eine Familienähnlichkeit. Alle diese Parteien überschneiden sich, aber es gibt dann unterschiedliche Ausformungen, unterschiedliche Polarisierungen, unterschiedliche Extreme und auch unterschiedliche Programmatiken. Wichtig ist, und das habe ich in diesem Zitat von Anna Krastewa sehr gut wiederfinden können, sind einige Punkte, die, denke ich, für alle rechtspopulistischen Parteien gelten. Und vielleicht auch noch dazu kurz, ich verwende absichtlich den Begriff Rechtspopulismus oder auch Linkspopulismus, wenn es dann darum geht und nicht nur Populismus. Populismus als rhetorische Strategie verwendet jeder Politiker. Es gibt keinen Politiker, der nicht oder Politikerin, die nicht auch populistisch sind. Alle versuchen ein Wir und Sie aufzurichten, sich selbst als unglaublich positiv darzustellen und die anderen als negativ und derart Wähler, Wählerinnen an Land zu ziehen. Also das ist in dem Sinn banal. Das ist eine Strategie, die in der klassischen Rhetorik, man kann sagen, schlagen Sie nach bei Aristoteles, also dass Sie das schon finden. Daher ist es wichtig zu differenzieren und genau auch die ideologischen Momente festzumachen, die dann eben auch sprachlich realisiert werden. Und das möchte ich jetzt mit dem Rechtspopulismus tun. Wir können uns natürlich dann auch noch über den Linkspopulismus, der davon unterschieden werden muss, unterhalten. Rechtspopulismus, so sagt Anna Krastewa, ist ein Ausdruck von und Katalysator für den Wechsel von Klassenpolitik zur Wertepolitik. Und da sind sich alle Theoretiker, Theoretikerinnen einig, die traditionellen Grenzen zwischen rechts und links, mit denen wir aufgewachsen sind, die gibt es so nicht mehr. Es ist also von einer Gesellschaft, die in Klassen oder soziale Schichten geteilt ist, je nachdem, wie man das sehen will, soziologisch, einen Übergang zu einem Kampf um Werte zu beobachten. Und die Wertepolitik steht jetzt im Vordergrund. Und es wird ja auch in den Medien sehr viel über Werte gesprochen. Man weiß zwar nicht immer, welche gemeint sind, aber die Wertediskussion dominiert. Weiters und damit im Zusammenhang ist ein Wechsel von Parteipolitik zu symbolischer Politik zu beobachten. Also ein Wechsel von klassischen Fragen über ökonomische Ressourcen, über Verteilungsfragen, Ungleichheit, Ähnliches, zu Fragen von symbolischer Politik, Inszenierungen und Fragen, die letztlich keine großen Konsequenzen haben, aber mit denen man sehr gut mobilisieren kann. Damit im Zusammenhang weg von alten Narrativen, von den bekannten alten Narrativen, von den bekannten Ideologien zu einer Frage der Identität. Wer sind sie? Wohin gehören sie? Woher kommen sie? Gehören sie dazu? Gehören sie nicht dazu? Die Grenzen verschwimmen, werden auch immer neu gesetzt. Und die Identitätspolitik ist zum zentralen Punkt, zum Diskussionspunkt geworden, über den wir uns alle unterhalten und wo man sieht, dass das nicht nur die Frage von ethnischer Zugehörigkeit oder nationaler Staatsbürgerschaft oder Ähnliches, religiöser Zugehörigkeit, Genderpolitik, alles ist in dieser Identitätspolitik vorhanden. Und damit im Zusammenhang tun sich ganz große kulturelle Gräben und Spaltungen auf, die wir so bislang nicht kannten. Also Ausgrenzung nach diesen Kategorien der Identität und nicht nach politischen, altbekannten, traditionellen Inhalten. Ich denke, man muss sich das wirklich vor Augen führen, dass wir da in einer Zeit der großen Transformation leben. Also wo altbekannte Inhalte plötzlich ersetzt werden und wo es einen Wandel der Orientierung gibt. Und das muss man zunächst einmal begreifen, dann versteht man, warum bestimmte Wählerschichten, wie sie wählen und warum sie so wählen und nicht anders, wie bestimmte Wählerströmungen zu erklären sind. Da komme ich jetzt zu einer meiner Grundthesen, dass dieser Wandel sehr stark mit einer Politik mit der Angst zu tun hat. Sie haben netterweise mein Buch erwähnt. Ich habe das Buch in Englisch 2014 fertiggestellt. Ich schreibe gerade an der zweiten Auflage und bin verzweifelt, weil sich in den fünf Jahren seit 2014 die Welt verändert hat. Also 2014 gab es weder Brexit noch Trump noch die AfD noch Orbán mit seiner großen Mehrheit und, und, und. Es hat sich einfach unglaublich viel in diesen fünf Jahren verändert. Und wie man das jetzt in eine zweite Auflage hineinpressen soll, ohne ein neues Buch zu schreiben, ist mir noch nicht klar. Politik mit der Angst, was heißt das? Es ist auch nichts Neues. Politiker, Politikerinnen haben immer mit Angst gehandelt, immer mit Angst rhetorisch versucht, Leute für sich zu gewinnen. Es gibt ein neues Buch von Gianni Sile, einem italienischen Historiker, über eine Sozialpolitik der Angst. Seit 1945, der nachzeichnet, wie immer Wellen von Angst die europäischen Bürger, Bürgerinnen in bestimmte Richtungen getrieben haben oder wie sie sich haben treiben lassen. Und letztlich wissen wir das natürlich auch, dass die Sündenböcke, die im Zuge einer solchen Politik der Angst immer wieder konstruiert werden, auch ein altes Muster sind, das gut bekannt ist und leider noch immer sehr gut funktioniert. Das heißt, solche Parteien instrumentalisieren bestimmte Minderheiten als Sündenböcke, ganz unterschiedlich, je nach nationalem Kontext. Einmal sind es Migranten, Migrantinnen, Flüchtlinge, Juden, Roma, andere ethnische Minderheiten und die werden als eine Bedrohung für uns, für unser Land, jetzt unter Anführungszeichen, gesetzt und damit wird Angst entweder erzeugt oder verstärkt. Und wenn man im zweiten Schritt dann verspricht, das Problem zu lösen, dann kann man sich als Retter, Retterin profilieren, indem man also bestimmte Strategien vorstellt, wie man nun mit diesen Sündenböcken, mit diesem Problem umgeht. Auch das ist ein altbekanntes Muster. Man muss natürlich jetzt nicht immer auf den Nationalsozialismus oder Faschismus zurückgreifen und von Vernichtung sprechen, aber durchaus ähnliche Euphemismen finden wir. Wir finden Anlandezentren irgendwo in Libyen, wir finden Aufrufe zu Deportationen und Ähnliches. Selbst heute im 21. Jahrhundert. Diese Politiker, Politikerinnen meinen weiters, dass sie die Stimme des Volkes repräsentieren und nun ist es wichtig, sich zu fragen, wer ist dieses Volk? Wer gehört zu diesem Volk? Damit sind wir schon bei der Frage der Identitäten angelangt. Zum Volk gehören immer wieder ganz arbiträr bestimmte Gruppen. Gruppen gehören dazu und Gruppen werden ausgeschlossen. Wenn Sie Ungarn anschauen, Orban hat also dekrediert, dass jeder Ungar oder jede Ungarin auch im Ausland letztlich mit anderer Staatsbürgerschaft Ungar ist, einfach von Geburt. Und quasi Jus Sanguinis, also über Generationen, man könnte unter Anführungszeichen sagen, es geht eigentlich leider um einen Ahnenpass. Andererseits gibt es auch durchaus Parteien, die sich als echte Bürger dieses Volkes nennen. Denken Sie an die echten Finnen, die True Finns. Da ist schon der Name dieser Parteiprogramm. Es gehören eben nur echte Finnen dazu. Und insofern kann also dieses Volk immer wieder neu definiert werden. Dazu kommt ein gewisser Anti-Intellektualismus und auch Anti-Elitismus. Das heißt, man spricht vor allem authentische, sogenannte authentische Gefühle an, eine Politik der Gefühle. Das heißt, es geht vor allem darum, von der Angst zur Hoffnung überzugehen. Und dass Angst und Hoffnung sehr nahe beieinander liegen, hat schon Spinoza sehr eindeutig und elaboriert dargestellt. Von Angst kommt man sehr leicht durch ein Versprechen, dass die Angst verschwinden wird, zu einer Hoffnung und zu Versprechen. Und wenn man weiß, dass diese Angst verschwindet, ist man durchaus bereit, für Sicherheit auch viele Freiheiten aufzugeben. Und in diesem Balanceakt befinden wir uns, dass Menschenrechte eingegrenzt werden, aufgrund von Sicherheit einerseits. Und dass dadurch versprochen wird, dass man nicht mehr bedroht sein wird, aber man verzichtet auf bestimmte Freiheiten. Also das ist sozusagen, das sind die Widersprüche, in denen wir uns alle letztlich momentan bewegen. Wichtig ist auch, dass diese Parteien aufgrund ihres antielitären Programms sich als authentisch geben. Und das sehen Sie am besten, wenn Sie sich Donald Trump jetzt vor Augen führen, der natürlich als gelernter, langjähriger Entertainer genau weiß, wie man Menschen gut unterhält und auch mobilisiert. Und er spricht ihre Sprache. Viele Menschen in England, die ich interviewt habe, haben mir immer wieder gesagt, ich bin für Nigel Farage, das ist der Chef der UKIP gewesen, der United Kingdom Independence Party, jetzt Chef von der Brexit Party. Und er hat immer wieder gesagt, ja, den wähle ich jetzt, weil der ist so wie ich. Der sitzt im Pub, der trinkt sein Bier, der raucht, obwohl es dort verboten ist. Und außerdem verstehe ich ihn und der versteht mich. Also, die sprechen auf gleicher Ebene und nicht zu jemandem hinab. Und das ist immer wieder in meinen Interviews, die ich in England, Amerika, Österreich geführt habe, als entscheidendes Kriterium genannt worden. Letztlich also meine ich, dass wir eine Normalisierung dieses Musters erleben. Und man kann sich ja auch nicht ununterbrochen empören. Wir leben ja in einer Empörungskultur. Alle sind ununterbrochen schrecklich empört über noch einen Tabubruch und noch eine Provokation. Das hält man auf Dauer nicht durch. Und daher normalisiert sich das. Man gewöhnt sich einfach und braucht dann immer wieder einen Schritt zurück, um sich zu fragen, wo stehen wir jetzt eigentlich? Warum sagt jetzt niemand etwas dazu? Also diese Normalisierung, in der, so meine ich, befinden wir uns sicher in Österreich und was Deutschland betrifft, dann können Sie mir das dann erzählen. Die Rhetorik hat immer bestimmte Inhalte und das ist eben wichtig, weil wir alle diese rhetorischen Muster unterschiedlich verwenden. Das ist sozusagen ein großer Sack, auf den man zurückgreifen kann, aber die Ideologie muss mit Inhalten gefüllt werden. Und da gibt es vier Dimensionen, die mir wichtig sind. Das eine ist eben das Völkische, diese Fantasie, dass es ein homogenes Volk gibt, diese echten Österreicher beispielsweise. Und daher ist man gegen eine pluralistische Gesellschaft. Die zweite Dimension betrifft den Anti-Elitismus. Man ist also gegen das Establishment, wobei Establishment ganz unterschiedlich definiert sein kann. Das können Journalisten, Intellektuelle, Uni-Leute, Manager, Reiche, also unterschiedliche Gruppen, je nach Bedarf, werden so definiert. Die dritte Dimension betrifft Law and Order, also den strengen Vater, wie das George Lakoff definiert. Also eine ganz klare Dominanz von Sicherheit und Polizei und Gesetz und andererseits eine oft Einschränkung von bestimmten Bürger- und Freiheitsrechten. Und die vierte Dimension sind konservative Werte. Die erleben wir momentan alle in der Genderpolitik ganz stark. Aber man erlebt sie auch auf anderen Ebenen. Also dass es jetzt plötzlich einen Backlash gibt auf vielen Ebenen, die sehr unerwartet waren in manchen. Aber auch dazu gehört, was wir Wohlfahrtschauvinismus nennen. Das heißt, dass die bestimmten sozialen Maßnahmen, die wir also in unseren Staaten gewöhnt sind, also Sie in Deutschland, ich in Österreich, Krankenkasse, Pensionen und so weiter, freies Hochschulstudium, freie Schulen und so weiter, nur für die Österreicher gelten sollen und nicht für andere. Also man soll diese Benefits, diese Maßnahmen schützen und man hat Angst, dass sie sonst verloren gehen. Und damit komme ich zu einem wichtigen Punkt, nämlich, dass eine Annahme sich als falsch erwiesen hat. Nämlich, dass die Finanzkrise die Ursache sei für das Ansteigen des Rechtspopulismus. In manchen Ländern sicher. Und in manchen Ländern ist es zu einer ganz starken Polarisierung gekommen, etwa Griechenland. Aber in anderen Ländern geht es auch um die Angst vor Verlust. Und das sehen Sie in sehr reichen Ländern. Das sehen Sie in Norwegen, in Österreich, in Dänemark und in der Schweiz. Also in Ländern, die die Finanzkrise relativ unbeschadet überstanden haben und trotzdem ganz starke rechtspopulistische Parteien haben. Gerade die Schweiz beispielsweise oder auch Norwegen. Und da hat das nicht jetzt mit einer Verstärkung der Arbeitslosigkeit und Perspektivenlosigkeit der Jugend zu tun, sondern mit Angst vor Verlust. Und deshalb sind also manche dieser Generalerklärungen falsch. Sie greifen nicht auf die nationalen Eigenheiten wirklich richtig hin. Dazu gehört jetzt auch noch zum Konservativismus ein historischer Revisionismus. Den erleben wir gerade sehr stark in Ungarn oder auch in Polen, dass plötzlich wieder Horti-Denkmäler auftauchen können. Also ein Rückgriff auf den Faschismus in Ungarn und Sie kennen auch die Debatten sicherlich in Polen, was die Schoah betrifft und die mögliche oder nicht mögliche Kollaboration, was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Also da werden neue Geschichten geschrieben oder Geschichte wird umgeschrieben. Das passiert immer wieder. Aber da ist das jetzt relativ systematisch. Diese Definition, wer zu uns gehört und wer nicht, also dieses homogene Volk, quasi homogene Volk, beruht ja darauf, dass andere definiert werden. Und da kommen wir jetzt zu dem entscheidenden Punkt, denke ich, seit 2015, der uns in Europa sehr stark beschäftigt, nämlich den Umgang mit Fremden. Auch das ist kein neues Phänomen. Fremde wurden nie gerne willkommen geheißen. Kommt natürlich darauf an, wo sie herkamen und ob sie reich waren, was sie gebracht haben und so weiter. Aber wenn sie Simmel lesen, dann sehen sie, dass in der Moderne typischerweise Juden, die kulturell Fremden waren, auch wenn sie noch so assimiliert waren. Sie haben nie wirklich dazugehört. Und sie sehen das noch immer und das ist eine Bezeichnung, die mich immer wieder berührt, negativ, wenn in Österreich von den jüdischen Mitbürgern gesprochen wird. Und ich frage mich, wieso bin ich eine Mitbürgerin? Ich bin eigentlich österreichische Staatsbürgerin. Einfach so. Ich bin nicht Mitbürgerin, weil das ja immer eine Distanzierung mit bedeutet. Da sieht man, wie wichtig Sprache ist, auch schon in diesen kleinen Elementen. Also nach Simmel waren Fremde, also Juden, sie waren weder nah noch fern. Also sie haben einen eigenen Platz in der Gesellschaft besessen und wurden auch immer als bedrohlich erlebt. Heutzutage, sagt Sigmund Baumann, der bekannte britisch-polnische Soziologe, der leider letztes Jahr gestorben ist, heute haben wir es mit den postmodernen Fremden zu tun. Das sind alleinstehende Fremde, das sind die Flüchtlinge, die es irgendwie schaffen, schwach sind, verlassen sind, marginalisiert. Also Fremdheit wird praktisch auch privatisiert. Ja, weil es kommt darauf an, schaffe ich das alleine, habe ich genug Geld, um die Schlepper zu bezahlen und so weiter. Ich würde sagen, wir erleben heutzutage beide Arten von Fremden. Es werden sowohl Juden ausgegrenzt, wie Flüchtlinge, von wo auch immer. und es ist ein Zusammenhang zu sehen, genauso wie das Blumenthal eigentlich auch sehen wollte, dass man eben die Minderheiten und den Ausschluss von Minderheiten nur in einem größeren Zusammenhang verstehen kann. Kann man natürlich auch zu Adorno zurückgehen. Also dieser theoretische Zusammenhang ist ja wirklich praktisch täglich beobachtbar. Nur ein Beispiel, das ist jetzt Englisch, aber ich denke, diese großen Schlagzeilen werden Sie auch verstehen. Diese Schlagzeilen kommen aus dem britischen Boulevard. Es gibt kaum, also ich kenne kein Land, wo es so viele Boulevardzeitungen gibt, gemessen an der Bevölkerungszahl. Ich meine, Österreich kann das auch ganz gut, aber, und Deutschland hat auch die Bild-Zeitung und andere. aber in England haben Sie praktisch täglich, können Sie das sehen. Und ich will das jetzt gar nicht im Einzelnen übersetzen, aber was Sie sehen, sind alle Vorurteile, mit denen wir ständig zu tun haben. Also 500.000 Migrantinnen bekommen Social Housing, das sind also Sozialbau, oder in Wien würde man sagen Gemeindebauwohnungen, und eben nicht wir. Ja, die bekommen das, nicht wir. Das ist natürlich überhaupt nicht nachgewiesen, es gibt da auch keine Daten und Beweise oder Quellen dazu, aber dadurch wird natürlich Neid und Ressentiment sofort hervorgerufen. Oder die wollen nicht Englisch lernen, ja, also das gibt es natürlich auch in Österreich ständig, dass die Migranten, Migrantinnen nicht Deutsch lernen wollen, oder sie sind vor allem Mörder und auch Vergewaltiger und man wird sie nicht los. Also alle diese Themen kann man täglich in dieser Massivität sehen. Dass das eine Auswirkung hat, ist ja außer Frage. Ja, dass, wenn sie das täglich wiederholt sehen, dass eine Wirkung haben muss und dass das sich irgendwie auch in unseren Diskurs festsetzen muss, dass es da eine Resonanz geben muss. Was sind nun die Ursachen dieser erhöhten Angst momentan? Und wahrscheinlich, wenn es jetzt einen neuen Eurobarometer gäbe, wäre Klimakrise möglicherweise an erster Stelle, bin ich aber gar nicht so sicher. Wenn man sich anschaut, Studien von der Bertelsmann Stiftung 2016 oder Eurobarometer 2018, so ist die Globalisierung ganz so abstrakt genommen, die Ursache für Angst. Und Sie sehen bei den Prozentzahlen da in der ersten Zeile, dass große Teile der AfD, der Front National, der österreichischen Freiheitlichen Partei, der Lega in Italien, Fidesz in Ungarn, PiS in Polen und so weiter, alle vor Globalisierung Angst haben. Nun, was ist Globalisierung? Das ist ja einmal nur ein Schlagwort oder ein Abstraktum und wenn man da nachfragt und das haben alle diese Meinungsforscher und Forscherinnen gemacht, so ist die Antwort Migration. Also Globalisierung wird praktisch reduziert auf Migration könnte ja vieles anderes sein. Es könnte Ungleichheit sein, es könnte Arbeitslosigkeit sein, Armut, Krieg, Terror, also man könnte sich ja viele andere Themen da vorstellen, nein, es ist Migration und zwar völlig isoliert gesehen, also auch nicht im Zusammenhang mit der Klimakrise oder im Zusammenhang mit Krieg, sondern einfach da kommen Menschen und egal woher sie kommen und warum sie kommen, werden sie dann als illegale Migranten bezeichnet, obwohl das ja ganz unterschiedliche Menschen sind, die kommen, in England habe ich das auch oft erlebt, dass auch die EU-Migranten als illegale Migranten bezeichnet werden und nicht nur Migranten aus Drittstaaten und der Begriff illegal ist ja wissenschaftlich überhaupt falsch, wir reden von irregulären Migranten und das sind solche, die keine Dokumente haben, die sans papier. Der Begriff illegale Migranten finden sie im globalen Migrationspakt nicht, den finden sie nicht in der Wissenschaft, weil er eine gesamte Gruppe kriminalisiert durch dieses negative Adjektiv. Das heißt, Globalisierung ist gleich Migration ist gleich Fremde und das ist die einfache Story, die unsere Diskurse letztlich dominiert und man muss jetzt dieser Story etwas entgegensetzen und es ist gar nicht einfach, auch eine einfache positive Story zu finden, die man dem entgegensetzen kann. Insofern also meine Grundannahme, wir haben eine Verschiebung innerhalb der politischen Landschaft durch diese Mechanismen, wie ich nenne, die Normalisierung des Nicht-Normalen, es beruht teilweise auf einer Theorie von Jürgen Link, einem deutschen Kulturwissenschaftler, Literaturwissenschaftler und da geht es nicht nur um einzelne Worte, sondern um ganze Komplexe, um Argumente, um ganze semantische Felder, die sich verschieben, Beispiel eben, alle Fremden sind illegal, da verschiebt sich eine gesamte Wahrnehmung, das haben wir alle sowohl in Deutschland und Österreich erlebt, wie die Willkommenskultur sich plötzlich um 180 Grad gedreht hat, das war wirklich ein Frameshift, also eine wirkliche Veränderung der Wahrnehmung, ein Gestaltswitch. Insofern verändern sich die Grenzen des Sagbaren und was mir da wichtig ist, noch dazuzufügen, das wäre gar nicht so leicht möglich, wenn die Mainstream-Parteien das nicht unterstützten und das sehen Sie auch wieder ganz stark in den USA, wenn die Republikaner nicht Trump bei allem und jedem, was er macht und sagt unterstützten, könnte er das nicht machen. Also das heißt, diese Art der Tabubrüche funktioniert nur dadurch, dass es eine Art Unterstützung, fast manchmal eine Symbiose, mit einigen der Mainstream-Parteien gibt, weil es sonst einfach nicht ginge. Und man wird ja sehen, was sich jetzt mit dem Impeachment-Verfahren tut, aber solange das gestützt wird, auch wenn viele dagegen sind, aber es nicht sagen, kann es immer weitergehen. Kurz jetzt zu dieser Grammatik, die ich schon angekündigt habe. Ich werde jetzt nicht auf alle diese einzelnen diskursiven Strategien eingehen, aber ich möchte doch was zu dieser Opfer-Täter- Umkehr sagen, der wir immer wieder gerade in der Flüchtlingsbewegung begegnet sind, nämlich einer Invasion von Fremden, als ob die als Heer, als Soldaten jetzt die Grenze überschreiten und wir ohnmächtig sozusagen uns nicht wehren könnten. Da wird also ein Bild völlig umgedreht. Oder die Juden sind an ihrem Schicksal selbst schuld, also dieses antisemitische Stereotyp kennen wir. Auch da ist natürlich eine völlige Umkehr von Opfer und Täter zu finden. Weiters ist mir wichtig, auf die Verschwörungstheorien hinzuweisen, die immer stärker um sich greifen und ich komme dann noch darauf zurück, also besonders jetzt oft im Zusammenhang mit George Soros, der neue Rothschild, also die Weltverschwörung, dass da mächtige jüdische Lobbys alle Staatschefs wie die Marionetten an der Hand führen. Dieses Bild ist wiedergekehrt, ist auch ganz stark, wird instrumentalisiert und in vielerlei Weise verwendet. Und zwar nicht nur in Osteuropa, also dort stark, Ungarn, Polen, Rumänien, Tschechische Republik und so weiter, aber auch in Italien, auch in Österreich, auch in England, also überall, auch in den USA, findet man jetzt diese neuen Feindbilder und Verschwörungstheorien. Und ganz wichtig ist mir noch ein Punkt, die sogenannten Bad Manners, wie das Benjamin Moffat benennt. Das heißt, es ist jetzt schick, unhöflich zu sein. Also man darf jetzt endlich alles sagen, was man nie sagen durfte, man kann endlich, und da ist Political Correctness zu einem Kampfbegriff geworden, man darf das jetzt alles machen, was man nie machen durfte. Und das sieht man ganz stark bei Donald Trump, also er kann Frauen beleidigen in der wirklich unmöglichsten Art und es macht nichts. Und ganz im Gegenteil, es scheint Leute oder Menschen zu stärken, die fühlen sich gestärkt dadurch, dass jemand endlich denen da oben das zeigt, dass das geht. Und das meine ich mit der Schamlosigkeit. Also es hat plötzlich, kann man Dinge machen und sagen, man muss sich nicht entschuldigen, man kann Menschen beleidigen und es macht nichts. Früher musste man sich zumindest quasi entschuldigen. Jetzt muss man, scheint es bei bestimmten mächtigen Menschen sich gar nicht mehr entschuldigen. Und davon leite ich jetzt, was ich bin gleich mit diesem theoretischen Teil fertig, leite ich ab, was ich nenne, die einfache Formel des Populismus, nämlich diese dichotome Welt. Diese Welterklärung ist eben sehr einfach. Wir müssen uns gegen die wehren. Wir sind anständig, ehrlich, gut, fleißig, edel, mutig, unbestechlich, Opfer, Aufrichtige und so weiter und die anderen sind Lügner, Täter und so weiter und insofern ist der Kampf legitim und Politik wird als Kampf definiert. Also nicht nur im Wahlkampf, also da kämpfen praktisch alle, sondern insgesamt, es ist ein steter Kampf und man muss sich wehren gegen andere und zwar andere von oben, von unten und von außen. Also man ist von allen Seiten bedroht. Oben sind die Eliten, die sind korrupt etc. Faul, böse, gewissenlos, die von außen kommen, die sind gefährlich und die unten, die sind faul. Sind die also sogenannten Sozialschmarotzer und so weiter. Also jetzt hat man auf allen Seiten eine Bedrohung, insofern muss sich jetzt der aufrichtige echte Österreicher oder Finne oder Ungar gegen diese Bedrohungen wehren und dass dieses Weltbild greift, weil es tatsächlich eine sehr komplexe Welt sehr einfach erklärt. Ich gebe Ihnen ein erstes Beispiel, an das Sie sich vielleicht erinnern, ich habe das auf Deutsch übersetzt, ein Teil der Inaugurationsrede von Trump, wo Sie die Dichotomisierung, die Spaltung von uns, dem amerikanischen Volk und Washington, die Eliten, sehen. Und diese Spaltung von Regierung und dem Volk erleben wir beispielsweise gerade in England, also Boris Johnson macht das gerade diskursiv, wir haben das auch in der österreichischen Nationalratswahl erlebt und wir erleben es ständig bei Trump, das Gegeneinander Ausspielen von Washington, den Eliten und uns, dem Volk und wir übergeben die Macht von Washington zurück an das amerikanische Volk. das heißt Washington gehört nicht zum amerikanischen Volk oder wie soll man das jetzt implizit verstehen, es ist eine kleine Gruppe, die hat also unsere Nation sozusagen ausgebeutet, sie hat die Früchte geerntet, während das Volk die Kosten getragen hat und da haben sie ganz einfach wieder eine Story, wir, das Volk, wir sind die Opfer, da sind diese Bösen da oben, die haben uns ausgebeutet, aber ich rette euch jetzt, ich gebe euch die Macht zurück und diese Story hat, wie Sie wissen, in Amerika sehr gut gegriffen und sie haben eben auch am Ende dieser 20. Jänner wird in Erinnerung bleiben, als der Tag, an dem das Volk wieder der Herrscher dieser Nation wurde. Nebenbei, Sie erinnern sich vielleicht, anschließend war die große Debatte, ob bei seiner Inauguration mehr Leute waren, als bei Obamas Inauguration, wir wissen, dass das nicht der Fall war, aber damals kam zum ersten Mal der Begriff Alternative Facts auf und seither haben wir mit Alternative Facts, mit sozusagen neuen Wahrheiten oder anderen Wahrheiten zu tun die gleich im Zuge dieser Dichotomisierung aufgetreten sind, nämlich eine Diskriminierung, Diffamierung der Presse. Also das heißt, die Presse wird zu dieser Elite gezählt und Trump hat sich dann eben sogleich gegen die Presse gewarnt. ein weiteres Beispiel dieser Authentizität, dass man eben authentisch ist und diese Sprache spricht, möchte ich Ihnen da auch zeigen. Das ist jetzt ein Beispiel aus Österreich. Das ist Jörg Heider, Sie werden sich vielleicht noch an dieses Gesicht erinnern, der 1999, als er damals die Wahl gewonnen hat, mit zum ersten Mal 27,6 Prozent gekriegt, war teilweise, weil er solche Plakate gehabt hat, wie Wer, wenn nicht er, einer, der unsere Sprache spricht. Interessanterweise haben jetzt die beiden letzten Regierungsparteien beide wieder diesen Slogan aufgenommen und jetzt sehen Sie, was ich mit Normalisierung meine, nämlich, dass die konservative Partei, ihre sozusagen CDU, unsere ÖVP, plötzlich den heiderschen Slogan übernimmt und Herr Kurz jetzt auch einer ist, der unsere Sprache spricht, aber gleichzeitig auch der Clubchef und frühere Innenminister der Freiheitlichen Partei Österreichs, nämlich Herr Kickel. Beide haben diesen Slogan verwendet. Also kann man sich fragen, welche Sprache spricht man nun oder was ist unsere Sprache? Ich möchte weiter gehen jetzt zur symbolischen Politik und Ihnen da jetzt noch zeigen, wie weitere Feindbilder entstehen und wie diese Normalisierungen fortschreiten. Mein erstes Beispiel ist das Feindbild Kopftuch. Das kann man wiederum nur im österreichischen Kontext wirklich verstehen. Im Jahr 2018 gab es 20 Kampagnen der ÖVP-FPÖ-Regierung gegen Muslime, österreichische Muslime, also Staatsbürger in aller möglichen Art und hier wurde eine Maßnahme der Regierung durch die FPÖ begründet dadurch, dass man ein muslimisches Mädchen zeigt, das sozusagen ungerechterweise Geld bekäme. Die österreichische Regierung hat damals beschlossen, für Kinder von Leuten, die in Österreich arbeiten und zwar aus dem EU Ausland, das Geld zu kürzen, die Kinderbeihilfe zu kürzen, falls die Kinder nicht in Österreich leben, sondern in der Slowakei oder in Polen oder Rumänien oder in Schweden oder sonst wo, weil der Lebensstandard dort anders ist, geht gegen das EU-Recht, wird sicher noch verändert, aber wie wurde das begründet? Mit, wie sich dann herausgestellt hat, einem Mädchen aus Uganda mit einem Kopftuch, das wahrlich nicht das typische Mädchen aus Polen ist oder aus der Slowakei und dieses Symbol sollte begründen, warum die Regierung dieses Geld für Kinder kürzt. Man hat also, das ist eben typisch für diese symbolische Politik, ein Feindbild herangezogen, um eine sehr kontroversielle Maßnahme zu begründen. Es gab eine sehr große Debatte über dieses Plakat, der damalige Vizekanzler musste sich auch entschuldigen dafür, aber letztlich, wenn einmal ein Diskurs, wenn etwas gesprochen oder geschrieben oder gezeigt wurde, ist es vorhanden. Man kann einen Diskurs nicht zurückdrehen, man kann ihn nicht verschwinden machen, man kann ihn verbieten, aber er ist vorhanden und insofern war das Plakat da. Es gab noch mehrere von der ähnlichen Sorte. Dazu gehörte eine große Verwendung von Euphemismen in diesem Jahr 2018 und auch das waren Vorschläge des damaligen Innenministers Kickl, ich habe Ihnen sein Bild vorher gezeigt, von der FPÖ und die wurden tatsächlich in dieser Koalitionsregierung diskutiert. Immer zu einer Zeit, als sehr unangenehme Maßnahmen beschlossen wurden, beispielsweise eine Zwölfstunden Arbeitstag, also Maßnahmen, die genau die Wählerschaft der FPÖ sicher nicht gefreut haben. Und als Ablenkung wurden immer wieder dann symbolische Politik gemacht. Beispielsweise wurden Erstaufnahmezentren in Ausreisezentrum umbenannt. Großes Schild. Und ich habe damals auch was geschrieben dazu, weil ich das als zynischen Euphemismus gefunden habe, weil letztlich ging es ja darum, Flüchtlingen zu zeigen, die also angekommen sind endlich. Ihr seid hier nicht willkommen, ihr könnt es gleich wieder ausreißen. Man könnte auch sagen, dass euphemistisch letztlich Begriffe wie Sammellager latent vorhanden waren, wenn man das genau ableitet, was wir auch linguistisch gemacht haben. Es wurde ein Gesetzesentwurf diskutiert, dass Migranten in Sicherungshaft genommen werden sollten, falls Verdacht auf kriminelle Handlungen bestünde. Also da war noch gar kein Beweis da, aber nur Flüchtlinge und Migranten, nur Fremde, andere österreichische Staatsbürger nicht. Auch das hält natürlich keine europäische Gesetzeswerdung aus, aber auch da gibt es Assoziationen zu Begriffen wie Schutzhaft. Und diese Euphemismen sind tatsächlich im Diskurs plötzlich diskutiert worden. Alle Politiker haben plötzlich über Sicherungshaft gesprochen, die Medien haben über Sicherungshaft gesprochen, als ob das tatsächlich ein dankbarer Weg gewesen wäre. Und ebenso wurde plötzlich über Arbeitspflicht geredet, im Sinne von Flüchtlinge, die dürfen in Österreich nicht arbeiten, solange sie kein Asyl bekommen haben, könnten die freiwillige Arbeit, die sie oft machen, weil was sollen sie den ganzen Tag schon tun, als Arbeitspflicht benannt werden und mit 1,50 Euro die Stunde bezahlt werden. Auch das war durchaus Programm beider Parteien. Und da muss man sich fragen, eine Partei wie die ÖVP oder CDU oder die Tories, also eine Mainstream, die Republikaner in Amerika, rückt plötzlich so weit nach rechts, dass sich das Programm wirklich überlappt mit der FPÖ. Und es gab nur ganz selten eine Grenzziehung. Also das meine ich mit dieser Normalisierung, mit diesem Rechtsruck, der eben durch solche Euphemismen ganz stark perpetuiert wird oder auch verstärkt wird. Das zweite Feindbild, und es tut mir leid, dass ich sie damit irgendwie jetzt belästige fast, das ist ja alles nicht sehr lustig, was ich Ihnen da erzähle, aber das zweite Feindbild, mit dem wir jetzt zu tun haben, ich habe schon auf Rothschild und jetzt Soros hingewiesen, Soros das Feindbild von Orban. Also ich weiß nicht, wer von Ihnen letztes Jahr in Budapest war oder in Ungarn gereist ist, Plakatwende über Plakatwende mit Soros und Juncker, Soros alleine als der Feind des ungarischen Volkes, als derjenige, der die Flüchtlinge überhaupt nach Europa gebracht hat und Fox News in Amerika hat ja auch behauptet, dass Soros die Mexikaner nach den USA gebracht hätte und Sie sehen, dass da wirklich zu rechtsextremen Karikaturen ein starker Zusammenhang besteht. Ben Garrison ist ein bekannter amerikanischer rechter Karikaturist und Sie sehen diese Bilder wieder ganz mit allen Stereotypen, die wir aus dem traditionellen Antisemitismus kennen, also Juden sind reich, sie sind mächtig, die Weltverschwörung, der bringt mit dem Schiff die Flüchtlinge in die USA hinein und ganz ähnlich haben wir das dann auch in der EU auf den Plakaten der Regierungspartei Fidesz. Schoros Schoros ist wirklich zu dem Symbol des Bösen geworden. Das dritte Feindbild, mit dem wir momentan zu tun haben und das macht jetzt wieder eine neue Story aus, eine sehr einfache ist Schweden. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern an das berühmte Zitat von Trump We've got to keep our country safe. Look at what's happening last night in Sweden. Also das hat er während einer Wahlkampagne oder seiner großen Rede gesagt. Schauen Sie einmal, was letzte Nacht in Schweden passiert ist. Nun was ist in Schweden letzte Nacht passiert? Nichts. Die schwedischen Zeitungen am nächsten Tag haben sich also unheimlich lustig gemacht. Also was dem Trump da einfällt und haben also tolle Berichte gebracht. Die waren sehr ironisch, dass irgendein Renntier ein anderes Renntier umgefahren hat oder so. Also es war ganz köstlich, wie da mit Ironie und das ist übrigens wichtig und Witz gekontert wurde und nicht in diese Dynamik eingestiegen wurde. Aber es hatte Folgen. Und zwar zwei Tage nach diesem Ausspruch von Trump ist das russische Fernsehen in einen Vorort von Stockholm, Sie sehen diesen kleinen Punkt hier, Rigby gefahren und hat dort jungen Migranten, Männern Geld gegeben, damit sie einen Unruhe stiften. Also Vandalieren, irgendwie Autos verbrennen und so. Die haben das gemacht, das wurde gefilmt und hat eine unglaubliche Karriere genommen. als Bestätigung dafür, dass Schweden dieses Sodom und Gomorra ist, also dieses liberale, dekadente Land mit Multikulti und alles furchtbar. Und daher hat es plötzlich dann Geld aus Amerika gegeben, von so konservativen Think Tanks. Das ging teilweise nach Deutschland und wurde dann weiter verbreitet in andere Länder über wieder Netzwerke nach Schweden. Dann kam es Geld aus Russland und aus der Ukraine auch nach Berlin, auch weiter dann von dort nach England gegangen, nach Italien, nach Österreich, nach Frankreich und wieder nach Schweden. Und Sie müssen sich wirklich riesige Geldströme vorstellen, die dazu verwendet wurden, um soziale Netzwerke zu unterstützen, um Gruppen aufzubauen und Ähnliches. Dann kam weiter, hatten die Schweden dann schon drei neue Webportale, die sie zu Norwegen, Polen und nach England verlinkt haben und die auch in dieser Brexit Campaign sehr stark Kampagnen unterstützt haben. Und die Schweden Demokraten, das ist die rechtspopulistische Partei in Schweden, die also echte Neonazis auch haben, haben ja in den letzten Jahren sehr zugenommen, haben jetzt ungefähr 18%. Dann sind also weitere sechs schwedische große Websites entstanden, wiederum von russischem großen Business, die in Berlin sitzen, anscheinend gezahlt wurden. Und dann kann man sagen, dass jetzt zwei Tage und zwei Jahre später vier große schwedische Netzwerke gibt, Neonazi-Netzwerke, die aus dieser kleinen Trump-Bemerkung, die dann von Russland sozusagen ins Internet gestellt wurde. Totale Desinformation hat es nie gegeben und wurde mit so viel Geld so weiter unterstützt, dass die jetzt also 12 Millionen Links, 18.000 Domänen, also einfach wirklich global übergreifend desinformieren. Das heißt, es entstehen neue parallele Welten mit völlig anderen Informationen, mit totaler Desinformation, ich vermeide den Begriff Fake News, weil das ist ein Begriff, der von dort kommt. Wir reden wissenschaftlich von Desinformation und die jetzt, wenn man sich in diesen Portalen bewegt, erfährt man nichts mehr anderes. Also wir müssen uns tatsächlich das vor Augen führen, das sind nicht nur Randphänomene, das sind unglaublich stark finanzierte parallele Phänomene, die auch instrumentalisiert werden für bestimmte Wahlkämpfe, Kampagnen und so weiter. Also auch da gibt es in jede Richtung viele Ausbreitungen. Also insofern, wenn ich das jetzt so zusammenfassen darf, haben wir es damit zu tun, dass an den Rändern rechtsextreme Begriffe verwendet werden, Forderungen, Argumente, die also aus irgendwelchen Parteiprogrammen genommen werden, die werden dann, wie wir gesehen haben, von vielen anderen verwendet, auch umformuliert, mit Euphemismen belegt, etc. und kommen langsam in die Mitte der Gesellschaft an, wo wir dann in vielen unterschiedlichen Textsorten das wiederfinden. Das kann sein in Online-Postings, in Interviews, in Nachrichten, auf Plakaten, in Reden, in bestimmten Meetings und dort wird das wiederholt und ich habe ja schon gesagt, man kann sich nicht ständig empören und man kann auch nicht ununterbrochen Selbstzensur machen und wissen, was man sagt und das verbreitet sich und dann haben wir am Ende letztlich viele Elemente dieses Diskurses im Mainstream vorhanden. Das kann oft wirklich eins zu eins sein, das kann aber auch euphemistisch sein und sozusagen Rechtspopulismus soft, wo man erst nachdenken muss, was ist da eigentlich gemeint. Ja, warum funktioniert das so gut? das ist natürlich auch eine unendliche Debatte und ich würde sagen, es gibt viele Gründe, ich möchte hier nur einige aufzählen, weil auch da gibt es eine unendliche Literatur. Ganz klar ist es, dass die Mainstream-Parteien viele Probleme vernachlässigt haben und auch daher Vertrauen verloren haben. Also es gibt einen großen Vertrauensverlust, das wird ja auch immer wieder debattiert in allen möglichen TV-Sendungen und so weiter, aber es ist von vielen Eliten tatsächlich nicht wahrgenommen worden, wie es bestimmten Menschen geht, dass Gehälter nicht erhöht wurden über Jahre, dass die Banken gerettet wurden, aber nicht die Menschen und so weiter. Also es gab viele Anlässe, die zu Ärger führten und Probleme, die nicht wirklich adäquat behandelt wurden. Also das ist keine Frage, man spricht auch, vor allem was Amerika betrifft, von einem Recognition Gap, also einem zu wenig an Anerkennung von Menschen, die sehr viel geleistet haben, aber eben nicht wirklich von den Eliten angesprochen werden. Also es gibt da vieles, was falsch gelaufen ist und was man anders machen sollte. Die populistischen Akteure sind sehr mediengewandt, gelten als attraktiv, sprechen authentisch, also ich habe Ihnen das ja gezeigt, und haben sehr simple Stories. Also die Story, dass da die jüdische Weltverschwörung die Migranten und Flüchtlinge nach Europa und nach Amerika bringt und die kommen dann vor allem nach Schweden und dort geht es also den Bach runter und so darf es ja nicht werden. Das ist eine ganz simple Story, man muss nicht nachweisen, ob sie falsch oder richtig ist. Wenn man das oft genug wiederholt und Rhetorik heißt, dass man solche Strategien verwendet, dann diffundiert das und bleibt, wie man so schön auf österreichisch sagt, picken, also das pickt. Die Sündenbock Konstruktionen mobilisieren Bedrohungsszenarien, Neid und Missgunst. Ich habe Ihnen auch dieses Beispiel gezeigt, dass da also die Gemeindebauwohnungen eben vor allem an Ausländer gegeben werden und so weiter und die Medienstrukturen vertiefen das und das ist jetzt nicht einfach nur so zu sagen, die Medien sind schuld, also das wäre viel zu einfach, sondern die Medienstrukturen können Skandale viel besser verkaufen, die Provokationen sind vorhanden und diese Medien affinen Akteure sind auch sehr geschickt, wie sie mit den Medien umgehen, also darüber können wir ja auch noch sprechen. Also ich komme zu meinem letzten Slide, was tun dagegen? Naja, das ist nicht einfach, es gibt also mehrere Möglichkeiten, das Rezept hat noch niemand gefunden, rechts überholen hat noch niemand was gebracht, weil die Leute sowieso, wie man auch wieder bei uns sagt, den Schmied und nicht den Schmiedl wählen, Cordon Sanitaire wird sehr stark in Frankreich gemacht, dass man keine Koalition mit denen eingeht, aber man muss es dann vielleicht lokal und ob das dann wieder die Ausgrenzung und die Opfer Stories verstärkt, ist auch nicht klar. Gelingt Entzaubern, also wenn man sie in eine Koalition hinein nimmt, kann man dann zeigen, dass sie dann doch verlieren und inkompetent sind, das ist jetzt ein bisschen in Österreich und in Italien der Fall gewesen, wo sich Salvini sozusagen selbst entzaubert hat und Strache auch, aber ob das auch ein Rezept ist, auf das man sich verlassen kann, ist zweifelhaft. Renationalisierung, also diese Sicherheit verstärken und damit die Bedrohungsszenarien sowieso bedienen ist auch fraglich, ob das in einer globalisierten Welt wirklich funktioniert. Ja, ich denke, alternative Inhalte und Narrative sind gefragt, positive Bilder und auch ein anderes Medienverhalten, das wir sicher noch in der Diskussion besprechen können. Und aufhören würde ich gerne mit einem Zitat, das ich sehr mag, das von Adorno stammt und das in der Zeit in einem sehr guten Artikel wiedergegeben wurde. Ich denke, das ist auch eine Einsicht, die wichtig ist. Nicht die Verhetzten muss die Politik gewinnen, sondern jene, die das große Unbehagen empfinden, ohne deswegen schon den Anstand verloren zu haben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus Ja, liebe Frau Professor Wodakam, Sie vielen Dank für diesen sehr reichhaltigen Vortrag. Sie haben uns viel Diskussionsstoff gegeben und es läuft jetzt so ab, dass wir jetzt erst mal ein bisschen unter uns sprechen und wir dann im zweiten Schritt das Gespräch auch für Sie öffnen werden. Sie haben in Ihrem Vortrag ja gerade gezeigt, welche zentrale Rolle Emotionen und das Schüren von sind bringt es eigentlich überhaupt noch etwas sachlich an dagegen an argumentieren zu wollen und auf Empirie zu verweisen wenn das dann doch in einem nächsten Schritt nur als Fake News abgetan wird also ein bisschen ratlos hinterlassen Sie uns jetzt schon Ja das ist eine wichtige Frage vielleicht paar Sachen dazu wobei ich auch wie gesagt das Rezept nicht besitze Sonst hätte ich schon Bestseller geschrieben Ich glaube erstens muss man mal sagen jede Äußerung ist so immer emotional und rational Ich halte das nicht für richtig dass man so trennt zwischen Gefühle und Kognition Ich glaube es gibt mehr Gefühl oder weniger Gefühl und mehr Kognition mehr rational aber wir sind immer auch gefühlsmäßig unterwegs und ich denke es kann eigentlich nur dann gelingen wenn man eben versucht andere Gefühle anzusprechen also es ist sicherlich so dass man rein rational dem nicht entgegen kommen kann oder das nicht durchbrechen kann man kann natürlich und das soll man auch Fakten wissen oder evidenz basiertes Wissen hinlegen und das muss dann ist wichtig dass man das als Ressource besitzt aber es ist sicherlich zu wenig das heißt eher wäre die Frage zu stellen warum sind sie so böse oder was macht jetzt diese Aggression aus und das ein bisschen nachzufragen weil dann aus diesen Erklärungen sehr schnell sich zeigt dass ganz andere Probleme vorhanden sind also es ist oft eine Oberfläche die letztlich mit anderen Dingen zu tun hat andererseits können wir alle nicht als Therapeuten ständig unterwegs sein also so diese Frage was heißt das eigentlich was sie jetzt da machen und der Ausweg der gerade von Trump sehr oft genommen wird nämlich dann zu sagen es eher alles Fake News der ist schwierig zu entgegnen also wenn sich Menschen wirklich nur mehr in dieser Blase sozusagen bewegen in diesen wie ich das gezeigt habe diesen unglaublich komplex aufgebauten Parallelwelten dann ist es sehr schwer dort Eintritt zu bekommen also man muss versuchen man muss es hinterfragen aber ob man wirklich ankommt ist nicht klar Sie haben in Ihrem Vortrag am Schluss sind Sie auf die Medien eingegangen und auf die Frage sozusagen die mediale Bühne für Rechtspopulisten das ist ja immer so eine Frage wie viel Bühne wie viel Raum gibt man solchen Positionen und Rechtspopulisten haben vielleicht den strategischen Vorteil dass ihnen jede Form von Aufmerksamkeit nützt also auch die negative jetzt haben wir gerade schon ein bisschen darüber gesprochen wie man wie man sozusagen mit denjenigen umgehen soll die ihre Stimme vielleicht solchen Kräften geben aber wie stehen Sie zu dieser großen Frage soll man auch mit Rechten reden also quasi wirklich mit denjenigen die diese Ideologie ja zu sozusagen zu ihrem politischen Programm erhoben haben und wie soll man ihnen dann begegnen also auf den in den Talkshows in den Bühnen ich denke sind zwei Fragen mindestens die sie jetzt gestellt haben das eine ist also die Medien natürlich bringen sie die Provokationen das verkauft sich auch gut die Skandale und ich denke da könnte man einiges machen wenn ich mal darauf eingehe weil man muss nicht immer alles als Schlagzeile bringen man muss nicht immer alles auf Seite eins bringen und manches muss man überhaupt nicht bringen also ich bin schon oft von Zeitungen gefragt worden was sollen wir denn machen naja also da gibt schon klare Antworten denke ich also wenn etwas wirklich Gesetzes verletzt dann muss man es kurz melden weil dann ist es bei Gericht also in Österreich haben wir ein Verbotsgesetz Leugnung des Holocaust wird mit Gefängnis bestraft bis zu zehn Jahren Wiederbetätigung auch also wenn sowas ist okay also sozusagen wird angezeigt und geklagt dann gibt es Gesetze gegen Verhetzung es gibt Diskriminierungs Gesetze auf europäischer Ebene also ich denke da sollte man viel genauer und viel öfter wirklich implementieren das geschieht zu wenig und da sollte ich meine da gibt es viel also ich denke wahrscheinlich in Deutschland genauso was man implementieren kann das muss man nicht als Schlagzeile bringen dann gibt es Provokationen die man auf jeden Fall bringen muss die Beleidigungen sind oder irgendwie wirklich verstörend aber man muss sie auch nicht als Schlagzeile bringen man könnte sie auch anders framen ja indem man sagt schon wieder bringt die FPÖ eine Provokation oder die wöchentliche Provokation oder ja man kann sie in einen anderen Rahmen stellen und nicht einfach nur berichten ja also wenn man sie anders bewertet und auch gleich eine Möglichkeit dazu verleiht sie zu interpretieren macht das was aus ja weil dann kann man auch verstehen aha das ist schon dasselbe Muster wird bedient ja und manchmal das sagt auch Jan Werner Müller finde ich ganz richtig muss man es auch gar nicht bringen ja also das heißt da ist schon auch eine bestimmte journalistische Verantwortung gefragt die können auch sagen na das ist wirklich nicht wichtig ja das ist halt die wöchentliche Provokation die zweite Frage die sie gestellt hat soll man mit ihnen reden ja sicher ich meine wenn man nicht versucht in den Dialog zu kommen dann fände ich das überhaupt irgendwie ein Aufgeben einer Demokratie oder einer deliberativen Demokratie an die wir ja doch irgendwie an der wir doch festhalten wollen wenn jemand das Gespräch verweigert okay ja das ist eine andere Sache wenn jemand das Gespräch abbricht oder wenn jemand dann sich nur beleidigend verhält ja also wenn man nicht auf einer inhaltlichen Ebene dann auch reden kann dann kann man die Konsequenz draus ziehen aber dass man das versucht also das denke ich ist schon wichtig aber noch mal eine Nachfrage dazu gerade in Talkshows gerade sozusagen in solchen Settings haben doch diejenigen die so stark vereinfachen die so stark selektiv vielleicht auch mit Wahrheiten oder mit sozusagen empirischen Befunden umgehen einen strategischen Vorteil das heißt jemand anderes es ist ja nicht so dass man immer nur sagen kann das stimmt so nicht was sie sagen sondern manchmal muss man sagen ja aber und für solche Differenzierungen das ist natürlich sozusagen eine schwerere Position das heißt wenn sie also besteht nicht schon auch eine Gefahr oder wie würden sie sagen wie soll man sich rüsten bevor man in so ein Gespräch geht vielleicht kann man es so ausdrücken ja also ich denke man muss erstens wissen was für Strategien die verwenden da gibt es schon ein paar ganz gute Handbücher dafür also eines vom Kollegen Oetsch aus Linz mit einer Journalistin zusammengeschrieben über glaube ich Heider Leit und wie man also sozusagen sich in solchen Gesprächen wehren kann man muss als Opponent genau darauf vorbereitet sein dass eine unglaubliche Aggression vorhanden ist dass die nicht zuhören dass sie unterbrechen dass sie Themen setzen dass sie einen lächerlich machen und 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 ja also das muss auf das muss man gefasst sein und versuchen sich nicht in diese Dynamik hineinziehen zu lassen und es gibt Politiker Politikerinnen oder Opponenten die das ganz gut können wenn man das einmal durchschaut hat also ich glaube man braucht gute Vorbereitung wenn man sich dann zurücklehnt und sozusagen sagt aha jetzt versuchen sie das oder das habe ich erwartet dass sie das jetzt sozusagen machen werden und nicht sich in diese Eskalations also in diese Dynamik hineinbegibt das andere was man machen kann ist dass man natürlich selber sich vorbereitet mit ebenso guten Argumenten die man dagegen hält und die dürfen in so einer Situation nicht zu komplex sein und das ist immer schwierig ja also es ist sehr oft so und ich habe auch schon mit Grünen also ich wurde von der Werkstatt der Grünen eingeladen und auch schon in der Gewerkschaft in der europäischen Gewerkschaft eingeladen man hat immer sehr komplexe Argumente die kann man in einer Talkshow nicht drüber bringen also das wird kein Mensch verstehen wenn sie versuchen viele Argumente und Nebenargumente und Zusatzargumente alle unterzubringen und jemandem gegenüber sitzen der sehr aggressiv mit einer simplen Slogan antwortet das heißt man muss lernen wie man situationsadäquat argumentiert ja und manchmal ist die Komplexität wichtig und in einer anderen Situation ist es wichtig das auch kurz auf den Punkt zu bringen und dann ist es auch wichtig zu sagen so können sie mit mir nicht umgehen ja also man ich glaube da gibt es viele verschiedene Strategien die man wirklich lernen muss man muss und ich habe das wirklich beobachtet man hat das in Deutschland sicher mitbekommen wir hatten einen sehr langen Bundespräsidentschaftswahlkampf in Österreich 2016 weil die FPÖ das erste Ergebnis also in Frage gestellt hat die Wahl musste wiederholt werden dann waren die Kuverts schlecht dann musste sie noch einmal verschoben werden und 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 viele Stories aber diese Zeit hat Van der Bellen unserem jetzigen Bundespräsidenten ermöglicht sich mit zu einer unglaublich aggressiven Art der Argumentation von seinem Opponenten vertraut zu machen und er hat dann also in der zweiten Phase des Bundespräsidentschaftswahlkampfes wesentlich klarer sozusagen repliziert als in der ersten Phase wo man manchmal das Gefühl hatte er war völlig überwältigt er hat wirklich dieser Art der Rhetorik nichts entgegensetzen können man ist ja auch völlig überrascht wenn man darauf nicht gefasst ist also da denke ich kann man schon was machen lose lose win win weiß ich nicht Sie haben ja gerade schon den Aspekt sozusagen die Sanktionierung durch Gerichte angesprochen vor kurzem hat das Bundesverfassungsgericht hier in Deutschland einem Antrag der NPD gegen ein Bußgeld stattgegeben das verhängt worden war wegen ich zitiere aus der Pressemitteilung grob herabsetzenden Kommentaren gegenüber Flüchtlingen auf der Facebook Seite der Partei und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt argumentiert dass Kommentare die sich gegen Minderheiten richten oder einen hetzerischen und möglicherweise offen rassistischen Gehalt aufweisen dennoch unter das Recht auf freie Meinungsäußerung fallen können nun ist die Meinungsfreiheit in einer Demokratie ein zentrales Gut das eine freie Gesellschaft auch erst ermöglicht und auf der anderen Seite kann Sprache eben auch gewaltvoll sein Sie haben einige Beispiele dafür gebracht wie stufen Sie dieses Spannungsverhältnis ein und brauchen wir in einer Demokratie aus Ihrer Sicht Tabus oder ist das dann eher Wasser auf die Mühlen von jenen die sagen das ist linke Meinungsdiktatur Ich stelle mir lauter schwierige Fragen Das ist eine lange Diskussion die ich auch in England viel geführt habe und auch in den USA also Länder die ja wirklich Meinungsfreiheit ist also so zentral viel mehr noch als in Deutschland und Österreich weil hier ist ja auch so ein Verbotsgesetz gibt es ja in Deutschland auch und in Österreich und Frankreich und ich glaube Holland und Polen gibt es es auch also wo Meinungsfreiheit überhaupt das höchste Gut ist und trotzdem gibt es auch dort eine große Debatte also ist es zum Beispiel möglich und Sie erinnern sich an Charlotteville vor zwei Jahren wo also diese Alt-Right Neonazis herumgebrüllt haben Jews will not replace us und ähnliche grauenhafte Slogans und wo viele Leute gesagt haben es gibt eine Grenze trotz dieser Meinungsfreiheit in den USA die dadurch gegeben ist dass eben Minderheiten und Gruppen so verletzt werden und so ausgegrenzt werden und da muss man also eine Balance finden zwischen Menschenrechten und der Meinungsfreiheit und da gibt es jetzt große Debatten mit Juristen die das versuchen auszuloten ähnlich die große Sache damals in England mit Deborah Lipstadt und David Irving also die große das Buch auch dann danach wo sie beweisen musste dass es den Holocaust und die Shoah so gegeben hat wie sie es gegeben hat und er geleugnet hat also für mich ist es jetzt ganz persönlich gesagt so ich denke es gibt Grenzen es gibt einerseits gesetzliche Grenzen die habe ich eben genannt wenn man beleidigt verleumdet und so weiter ist das ja auch klagbar daher kann ich das so nicht ganz nachvollziehen weil ja offenbar da wirklich beleidigende und diffamierende Äußerungen daran beteiligt waren und mir ist es also insofern wichtig dass es da klare Grenzen gibt und es gibt auch Richtlinien für Journalismus ich war selber Ende der 1990er Jahre in Brüssel also bei der Kommission an einer Agency beteiligt wo wir Richtlinien für Journalismus ausgearbeitet haben die scheinbar also nicht sehr erfolgreich waren aber wo es eben darum ging dass man nicht die ethische Zugehörigkeit von Betroffenen in der Zeitung nennt und 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 ja also diese Dinge die leider so oft passieren und man muss klar machen das hat nichts mit Sprachpolizei und Meinungsdiktatur und Ähnlichem zu tun das hat wirklich mit demokratischen Rechten und Schutz von Minderheiten zu tun und ich meine das wird immer in so eine falsche Richtung geschoben wenn es um solche Verbote oder Richtlinien geht es geht um Schutz von Minderheiten das ist ein demokratisches Grundrecht und das muss gegeben sein und das Sprache also sozusagen ein Vehikel ist für Verhetzung ist eigentlich glaube ich seit Goebbels ziemlich klar ich hätte jetzt noch ganz viele weitere Fragen aber ich möchte mein Privileg als Moderatorin jetzt nicht überstrapazieren sondern gerne das Gespräch für Sie öffnen wir haben Saalmikrofone und ich bitte um ein Handzeichen und wir werden immer so zwei drei Wortmeldungen sammeln und dann wieder zurückgeben an Frau Professor Wodag ich sehe jetzt zwei gut dann fangen wir an hier in blau vorne und dann zwei Reihen weiter hinten und dann gucken wir nochmal vielen Dank für Ihren wunderbaren Vortrag der ganz klare Analyse gebracht hat ich habe Ihr Buch gekauft und werde das auch alles nachlesen können ich habe nur eine Frage Sie haben gesagt es hat Fremde sein nie willkommen gewesen dem möchte ich widersprechen also es ist allerdings das Beispiel oder die Beispiele die ich bringe liegen schon etwas weit zurück Sie sind Österreicherin ich erinnere an die Salzburger Protestanten die sehr willkommen waren und ich erinnere an die Huguenotten die auch sehr willkommen waren in Preußen das zu vergleichen warum die willkommen waren und heute bei vielen die Migranten nicht so willkommen das ist eine interessante Fragestellung aber das kann ich ja nicht ausführen danke ja oder finden Sie dann genau zwei Reihen weiter hinten ist eine Wortmeldung gewesen hier vorne bitte geben Sie das Mikrofon einfach Sie hatten ja sehr deutlich dargestellt dass sich die Entwicklung ja sehr negativ darstellt und ich bin nicht so optimistisch dass ich denke dass es doch eher eine Minderheit ist eine sehr laute Minderheit die sich halt sehr stark eben äußert aber und halt auch sehr schlimme Sachen macht aber immer noch eine Minderheit heißt das denn nicht dass die Mehrheit wenn es denn so ist einfach zu leise ist und sich viel mehr und aktiver eben darstellen muss um sozusagen mehr Geräusch zu machen und deutlicher zu werden dann vielleicht können Sie noch eine genau wir nehmen noch die Wortmeldung von Herrn Rohrmann und dann also ganz ganz herzlichen Dank für Ihren tollen Vortrag ich als Sie gesagt haben dass Sie jetzt das Buch noch mal in der nächsten Auflage schreiben das ist ein echtes Dilemma und da habe ich jetzt auch gedacht mir ist aufgefallen dass Sie das Wort 2014 ein richtiger Populismus nennen aber ich kriege zunehmend Kollegen mit die das Wort verabschieden also ich komme jetzt gerade vor zwei Worten von einer großen Konferenz in Jena wo Werner Heidmayer gesagt hat er benutzt das Wort nicht mehr also er benutzt noch mal wieder was anderes ich würde trotzdem noch das interessant finden so wie Sie das entfaltet haben dass Sie dabei bleiben aber irgendwann haben Sie auf einmal doch von Rechtsextremismus gesprochen ganz zum Schluss und vielleicht diese Überleitung die wäre sehr wichtig weil das wird in der Regel nicht getan Populismus Extremismus und was ist dazwischen und das wäre vielleicht eine Anregung und das zweite was mir aufgefallen ist also Sie haben wunderbar auf die schwierigen Fragen von Frau Schumann geantwortet fand ich aber ein Wort würde ich einfach ein für die Debatte weil das ja auch glaube ich von Georg Simmel ist das Wort der Begriff des Streits und Streit muss geübt und auch gekonnt werden also ich erinnere an den Journalisten der Frauke Petry interviewt hat und auch andere Fernsehsendungen wenige also was wir glaube ich alle nicht können ist das richtig qualifizierte Streiten und das muss in Deutschland gelernt werden dann machen wir noch eine zweite Runde ja danke das sind ganz wichtige Fragen also wenn ich zunächst auf die willkommenen und nicht willkommenen Fremden Sie haben natürlich Recht und so verallgemeinern wollte ich das auch nicht also das natürlich gibt es Fremde die auch willkommen sind das kommt darauf an eben immer wann wer wo wie und warum kommen sie und das ist auch gerade auf Österreich bezogen sehr interessant also 56 68 81 also die großen Krisen Ungarn Tschechoslowakei Polen damals flüchteten Hunderttausende nach Österreich waren sehr willkommen weil sie aus kommunistischen Systemen flohen und daher hat man ihnen geholfen immer Ups und Downs aber im Prinzip waren sie sehr willkommen vor allem zum Beispiel 56 es kamen 150.000 Ungarn damals und das war ja relativ bald nach dem Ende des Krieges und es war also noch ein armes Land und trotzdem also Leute haben Ungarn bei sich zu Hause aufgenommen es war ich war damals noch klein aber ich erinnere mich dass das war eigentlich außer Streit wobei natürlich auch noch die Erinnerung an den zweiten Weltkrieg und das nie wieder und so weiter und es war kalter Krieg das hat eine große Rolle gespielt also West Ost und so weiter was ich dann erlebt habe 1989 war ein totaler Gestalt Switch also 1989 Fall des Eisernen Vorhangs es kamen Rumänen Polen Ungarn Tschechen nach Österreich und die wollte man gar nicht und die Muster die rhetorischen Muster waren ganz ähnlich wie jetzt in der Flüchtlingsbewegung es gab auch dunkle Männer das waren halt damals Rumänen vor denen hatte man auch Angst und also es war fast deckungsgleich in den Mustern außer dass es noch keine muslimischen Flüchtlinge waren sondern also Migranten sondern es waren katholische Migranten aus den ehemaligen Ostblockstaaten und insofern ist glaube ich das schon stark Interesses geleitet welche Flüchtlinge oder welche Fremden man willkommen heißt oder nicht ist ganz interessant ich habe mir unlängst die Zahlen über Touristen angeschaut also die meisten Fremden die wir ja alle jetzt erleben sind Touristen und Touristinnen und wenn man sich diese Zahlen anschaut also wie viele Millionen wöchentliche oder fast täglichen Athen zum Beispiel am Flughafen landen oder in Venedig durchmarschieren oder sonstigen so Tourismus die sind natürlich willkommen bis zu einem gewissen Grad jetzt wird es langsam in einigen Städten zu viel weil sie Geld bringen und also da gibt es viele andere Variablen die hineinkommen es gibt ein wunderbares Buch über so ein imaginiertes Dorf in England wo eine Studie gemacht wurde damals wo sich gezeigt hat dass Menschen aus dem Nachbardorf in ein anderes Dorf gezogen sind genau britisch genauso anglikanisch und alles und waren auch nicht willkommen und die sollten auch nicht die eigenen Frauen heiraten weil man Angst um die Arbeitsplätze hatte also es sind einfach sehr viele Faktoren bestimmend aber generalisieren kann man sicher so nicht die zweite Frage finde ich auch ganz wichtig sind ist die Mehrheit zu leise ich glaube es ist weder die Minderheit noch die Mehrheit sind so homogene Gruppen also erstens ist die Minderheit gar nicht zu klein wenn Sie überlegen dass in Österreich jetzt vor dem Ibiza Video also wir rechnen momentan vor und nach Ibiza eine neue Zeitrechnung die es jetzt bei uns gibt aber vor Ibiza war die FPÖ auf 27 Prozent das ist fast ein Drittel der Wähler und sie war in bestimmten Meinungsumfragen vor der Nationalratswahl 2017 schon an erster Stelle in die Schweizer Volkspartei die sich jetzt gespalten hat aber wenn man die zwei zusammennimmt haben auch über 30 Prozent in Norwegen sitzen sie an der Regierung in Ungarn haben sie Mehrheit in Polen auch also das ist nicht eine Minderheit sind manchen Ländern eine Minderheit hier in Schweden in Spanien noch ganz wenig und dann manchmal sind sie eine Minderheit weil die Mehrheitsparteien das Programm übernommen haben so wie in England wo die Tories letztlich das Programm von UKIP übernommen haben und viele UKIP zu den Tories gegangen sind also es ist sehr unterschiedlich und dass die Mehrheit zu wenig laut ist das glaube ich absolut also ich meine gerade die Mehrheitsparteien oder die Mainstream Parteien aus der Angst Wähler zu verlieren eben dieses Recht zu überholen das ist in Österreich ganz stark sowohl von der Sozialdemokratie wie auch von der konservativen Partei gemacht worden keine Kanten gezeigt haben und das war die völlig falsche Strategie weil sie haben Wähler sowohl nach rechts verloren wie Wähler links verloren weil für die einen haben sie dann die Kanten verloren und waren nicht profiliert genug und für die anderen waren sie sozusagen nicht glaubwürdig genug da waren die ganz Rechten glaubwürdiger also da denke ich sind Fehler passiert und was ich auch genannt habe also dieses Beispiel dass die republikanische Partei letztlich Trump ermöglicht ermöglicht hat und ermöglicht also der ist nicht vom Himmel gefallen sondern der ist es geworden durch diese Vorwahlen dann durch die Wahl wo er weniger drei Millionen Stimmen weniger hatte als Hillary Clinton aber sie halten ihn an die Macht an der Macht weil Macht halt sehr attraktiv ist und das muss man sehen diese Symbiose und die dritte Frage erstens völlig richtig Streitkultur ist wichtig und zwar auch aggressiv ja also das ist etwas was für viele sehr schwierig ist und der Unterschied zum Rechtsextremismus ich würde zum Beispiel sagen dass die FPÖ eine rechtsextreme Partei ist vor allem aufgrund der schlagenden Verbindungen aber auch ihres Parteiprogramms und ich habe wir haben das auch geschrieben aber es gibt natürlich auch in diesen Parteien verschiedene Gruppierungen und so weiter aber rechtsextrem heißt schon dass man den demokratischen Staat nicht mehr anerkennt und ihn aushöhlen will und eigentlich sich nicht obwohl man gewählt wird und sich da an die Spiegelregeln hält aber letztlich ein anderes System erreichen will ob das jetzt illiberal ist wie in Ungarn oder eben die Unabhängigkeit der Justiz infrage stellt die Pressefreiheit infrage stellt und dann auch zu Gewalt greift so jetzt nur noch eine ganz kurze Abschlussrunde ich habe gesehen wir machen das jetzt so kurze Fragen und kurze Antworten und dann können wir das auch noch bei einem Getränk fortsetzen aber der Herr hier in der Mitte auf der Seite hier bitte weiter vorne genau da das war die Meldung die ich schon vorhin gesehen habe und jetzt geben mir bitte noch mal auf der Seite war ich vorhin schon so viel deswegen fairerweise müssen wir auch aus dem von der anderen Seite genau ja vielen Dank sehr geehrte Frau Wodag ich bin vor allem aus linguistischem Interesse hier und mir fällt auf dass Sie in Ihrem Sprechen sowohl die Beidbenennung benutzen als auch weiterhin das generische Maskulinum und ich möchte fragen jetzt mal ganz groß gedacht im Zivilisationsprozess im Geschlechterkampf in dem wir uns weiterhin befinden welche Bedeutung messen Sie dieser Sprechweise bei und sind Sie der Meinung etwa dass das generische Femininum eine Alternative wäre wie es ja zum Beispiel an einigen Universitäten gehandhabt wird wie läuft das also nach meiner Beobachtung geht das absolut desultorisch das heißt mal dieses Pferd mal jenes Pferd wenn man die Radioprogramme hört wie stehen Sie dazu ich meine das generische Maskulinum ist meines Erachtens immer noch ein befreiendes Sprechen oder ein Garant dafür Gut dann reichen Sie bitte das Mikrofon nochmal weiter oder die genau vielleicht da hinten der Herr und dann nochmal die Dame Grüße Frau Wodak vielen Dank meine Frage zielt jetzt konkret auf sowas ab wie den Haiderismus quasi stellvertretend für diese rechtspopulistische Welle zu verstehen aber ist nicht sozusagen ausschlaggebend bei so etwas wie dem Haiderismus oder dem Rechtspopulismus es als Praxis zu sehen viel mehr als Inhalt im Sinn von hat nicht auch jemand wie Jörg Haider dadurch Erfolg gehabt indem er den grauslichsten reaktionären Meinungen der Österreicher sozusagen eine offene und eine öffentliche Stimme gegeben hat also in einem Land wo Leute Waldheim mit der Begründung jetzt erst Recht wählen ist es ja jetzt nicht allzu überraschend dass jemand der von der ordentlichen Beschäftigungspolitik des Nationalsozialismus spricht dann auch also gutiert wird öffentlich und dann war noch die Dame vorne genau und dann schließen wir diese Runde und setzen dann bei den Begründung Ja ich habe noch mal eine Nachfrage zu dem Begriff des Rechtspopulismus die haben sich ja da auf eine Definition von Anna Krasteva berufen und wenn ich das richtig verstanden habe besteht die so aus vier Aspekten also zu den ersten zwei Aspekten da habe ich mich wirklich gefragt ob inwieweit das überhaupt aktuell ist also sie sprechen da oder erwähnen da hier den also Rechtspopulismus als Ausdruck des Wechsels von der Klassenpolitik zur Wertepolitik ich denke also wenn ich jetzt von Deutschland ausgehe von der Bundesrepublik das hat hier schon in den 60er Jahren zweite Hälfte 60er Jahre spätestens stattgefunden man kann allenfalls noch die Wahlkämpfe in den 50er Jahren oder Anfang der 60er Jahre noch als klassenpolitische Wahlkämpfe betrachten oder Auseinandersetzungen auch der Wechsel von der Parteipolitik zur symbolischen Politik würde ich sehr sehr viel früher verorten also diese Aspekte zum Begriff des Rechtspopulismus zu ordnen das kann ich schwer nachvollziehen da habe ich einfach eine Nachfrage wie Sie das wie Sie sehen bei den anderen beiden Aspekten würde ich Ihnen durchaus folgen Dankeschön zu der geschlechtergerechten Sprache also ich denke ich habe selber zwei Broschüren zur geschlechtergerechten Sprache geschrieben im Auftrag des Frauenministeriums in Österreich und wir haben das eine die eine Broschüre haben wir genannt kreatives formulieren und ich habe das deshalb damals diesen Titel gewählt wenn ich dagegen bin dass man da die Richtlinien zu genau festsetzt also ich denke immer dass es auf die Situation ankommt wie man etwas genauer und besser formulieren kann und manchmal eignet sich die Doppelform besser und manchmal das große I und manchmal kann man schriftlich da also Sternchen und sonst was machen und manchmal kann man einfach eine generische Form wählen und ich denke da sollte man nicht jetzt dogmatisch sein sondern das so machen wie es einem am besten einfach in der Situation passt immer natürlich in der Absicht diese geschlechtergerechte Sprache und das Verhalten zu betonen also ich finde das sehr wichtig das ist aber ein Aspekt von sehr vielen um Geschlechtergerechtigkeit überhaupt herzustellen und ich glaube da könnten wir jetzt lang darüber reden ich habe viel dazu auch geschrieben was man da eigentlich noch alles anderes machen sollte aber ich denke so ein kreatives Formulieren das undogmatisch ist passt da für mich zumindest am besten der Heiderismus Sie haben sicher recht dass in Österreich es wie man so schön sagt diesen braunen Sumpf gibt und das Heiderismus war aber nicht nur der Geschichtsrevisionismus damit hat er natürlich die alten Nazis angesprochen er hat aber gleichzeitig die schlagenden Verbindungen nie an die Macht kommen lassen das hat erst die Nachfolgestrache gemacht ich glaube man kann verschiedene Stufen und Phasen dieses Rechtspopulismus unterscheiden also nach dem Krieg noch wirklich im alten Faschismus steckend dann eher in diesem Anti-Establishment Anti-Eliten Rhetorik und jetzt erst wahrscheinlich ziemlich nach 9-11 also eher mit dieser ganz starken anti-muslimischen Rhetorik die war bei Heider zum Beispiel nicht vorhanden also da war viel mehr eine revisionistische Geschichtspolitik Antisemitismus ähnliche und Anti-Eliten aber es war damals so gut wie nicht über Muslime ja über Gastarbeiter schon über die EU auch aber jetzt nicht mit dieser starken Fokussierung das hat wirklich erst in der nächsten Phase Strache hineingebracht also man kann auch Phasen in der Entwicklung unterscheiden aber natürlich wiederum nicht überall und gleich und so weiter und das bringt mich zu der dritten Frage Sie haben sicher recht dass dieser Wandel in unterschiedlichen Ländern zu unterschiedlichen Zeit passiert ist und man kann daher deshalb komme ich immer wieder darauf zurück dass man da kontextabhängig sich das regional lokal national anschauen muss aber zum Beispiel haben ja norwegische Kollegen gesagt dass dieser Wandel von der Klassenpolitik zur Wertepolitik erst ab den 2000ern passiert ist und nicht vorher und in Österreich nehme ich das auch wahr dass die Sozialdemokratie noch lange in der Klassenpolitik verharrt ist und nicht schon wie Sie sagen in Deutschland dass das viel früher sich schon in diese Richtung Wertediskussion geändert hat die Symbolpolitik ist eher eine Strategie also die dient ja als Ablenkung von anderen Maßnahmen und ich denke das wird jetzt gehäuft verwendet und eben immer wieder mit bestimmten Feindbildern wie der österreichisches Beispiel immer wenn es unangenehme Maßnahmen gibt kommt die Kopftuchdebatte das ist vorhersagbar mit 100%iger oder 99,9% Wahrscheinlichkeit ob jetzt für Kindergarten Kinder oder ich weiß nicht für wen Kopftuch kommt und da gibt es einen schönen englischen Begriff dafür der heißt Dead Cat Strategy also wenn immer eine Diskussion unangenehm ist dann wirft man eine tote Katze auf den Tisch und alle schauen auf diese tote Katze und das andere wird vergessen und in der Inszenierung von Politik die wir jetzt erleben auch viel gehäufter sind dieses symbolischen Politiken viel stärker geworden ist keine Frage dass es das alles schon früher gab außer die Online Medien die gab es einfach nicht aber das ist in vielen Punkten nichts Neues das habe ich ja auch immer wieder betont weder der Sündenbock Strategie noch die Politik mit der Angst ist was Neues sondern die Art und Weise bis jetzt massiv und mit den Medien betrieben wird im Rahmen pluralistischer Demokratien das ist denke ich eine wirkliche Veränderung in unserer in den Orientierungen die wir bisher hatten naja und genauer kann man das alles dann noch in ihrem Buch nachlesen Politik der Angst das hier vorne zu erwerben ist und Ruth Wodak hat sich bereit erklärt da auch ihnen das zu signieren wenn sie das gerne möchten und ich denke unser Gespräch können wir dann jetzt auch noch vor einem Getränk fortsetzen ganz ganz herzlichen Dank Ruth Wodak für ihren spannenden Vortrag dass sie zu uns gekommen sind und mit uns diskutiert haben ein Applaus Applaus